In Tante ist es tot Laveglia. Die Trennen passen am Modena durch den Well-Tunnel der Alvra. Daher haben wir in zwei Jahren die Arbeit mit einem neuen Tunnel nach Bademau in Dünn. Der Kapital ist aber fänglich über die Preda, in der sich mit dem großen Projekt und der Schraubbäin dann in Öl, mit kleinen Müdades und den Konturen. Wir sehen, dass ein paar Pütes von Beton auf der Station der Preda und bei den Binarien. Eine Reihe der Punkte fixe wir in der Basis für die Masurungen in Verbindung mit dem Neuen Tunnel der Alvra. Und durch die Flüge kommt der Pass der Alvra in Schweiz mit der Masurungen. Hier werden wir die Hälfte und durch die Fabrik wie viel Wasser kommt von der Pass und von der Montagne um zu reagieren nach dem Müdades. Für Paul Loser die neue Projekt der Neuen Tunnel der Alvra sind die Masurungen wichtiges für die Natur aus der Schöscheläse. Der Alvra Tunnel 2 quert ein sehr schwieriges Gestein, das ist der Zellendolomit, ein sehr grosser Grundwasserträger und wir probieren diesen Grundwasserträger so zu durchqueren, dass wir keinen Einfluss auf die natürlichen Gewässer im Umgebung des Projektperimeters haben. Das ist der Zellendolomit, die die Masurungen von der Montagne aus 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 der Montagne wollen es evitär surpreise die größere während der Fabrikation aus der Montagne 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 und die Vorstellung aus der Montagne aus der Montagne aus der Montagne von 1910 und der Montagne aus der Montagne der Montagne des Unesco Das heisst, wir können keine Bahnhöfe abbrechen wir können nicht eine komplett andere Linienführung wählen sondern wir versuchen das im Einklang mit dem Unesco Welterbestatus zu projektieren und umzusetzen aus der Montagne von 1910 und um der Montagne großen über den Neue des den 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 über den 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 Vielen Dank.